Das heißt, an denen werden wir uns vorerst vorbeischmuggeln müssen. Als Wolf geht das vielleicht? Oder fressen Waagewölfe? Nö, okay. Jetzt müssen wir bei dem Bauernhof nur aufpassen, dass jetzt die Bauern nicht auf den Wolf losgehen, weil sie denken, wir wollen die Schafe fressen. Dann sollte das eigentlich okay sein. Und so nah an der Stadt dürfte eigentlich auch nicht mehr allzu viel Garstiges sein. Also wenn da die Stadtwachen nicht eingreifen, dann weiß ich auch nicht. Das heißt, wir können eigentlich schon aus der Wolf-Illusion wieder rausgehen. Hier ist ja eh recht offenes Gelände. So. Gleich erstmal zu Inos beten. Ein beklemmendes Gefühl. Also unsere Verbindung zu den anderen Göttern ist anscheinend abgeschnitten worden von Belia. Das heißt, auf deren Stärkung können wir auch nicht mehr bauen. Gab es irgendwas Neues in den letzten Tagen? Geh doch einfach mal den Feldweg zur Stadt entlang. Wenn du einem Kerl mit einer schwarzen Kutte begegnest, dann weißt du, was es Neues gibt. Sind die schwarzen Männer schon bei dir gewesen? Ja, sie sind schon einige Tage hier. Wenn du mich fragst, kommen sie direkt aus der Hölle. Wie geht's deinen Schafen? Als ob dich das interessieren würde. Du hast ganz andere Probleme. Meine Probleme? Was weißt du denn schon davon? Ihr dreckigen Sölden habt doch nur eins im Kopf. Wie kommt anderer Leute Geld in meine Tasche? Was ist dein Problem? Es kam alles nur von diesem schwarz gebrannten Fusel, den Wiener mir vor einigen Wochen angedreht hat. Ich kann mich an fast nichts mehr erinnern, Mann. Ich weiß nur, dass ich meinen Gehstock seitdem vermisse. Deswegen machst du so einen Aufstand? Du hast gut reden. Dir gehört er ja nicht. Reg dich nicht so auf. Hau schon ab. Gehstock? Hatten wir denn hier einen Gehstock? Jetzt sagt bloß, den habe ich verkauft, weil ich dachte, wir brauchen ihn eh nicht. Das kommt davon, wenn man Sachen aussortiert. Dann braucht sie irgendwann doch noch. Das heißt, der Gehstock wird jetzt bei irgendeinem Händler am Arsch der Welt hocken. Und darauf warten, wieder abgeholt zu werden. Ja, das wird dann wohl nichts. Wie geht's deinem Hof? Es ist nicht mehr auszuhalten. Auf einmal sind überall diese schwarzen Kapuzenkerle aufgetaucht und haben sich an der Straße und auf meinem Hof postiert. Ich drehe hier noch durch. Hast du mit den schwarzen Männern gesprochen? Sicher. Es ließ sich ja gar nicht verhindern. Ich glaube, sie suchen jemanden. Warum unternimmst du nichts gegen die schwarzen Männer? Würde ich ja liebend gerne tun, aber ich habe gesehen, wie sie eine Stadtbewohner bei lebendigem Leib verbrannt haben. Einfach so. Wozu soll ich mein Leben aufs Spiel setzen? Ja, das stimmt. Die sind wirklich sehr mächtig. Aber hier auf dem Hof sind die auch, sagst du. Dann sollten wir die Augen da doch mal aufhalten. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt hier hinter einer Ecke irgendwo so ein Schwarzmagier lauert an der Straße. Ja, aber... Hier direkt? Bei dir alles gut? Hey, du! Ja, anscheinend. So gut, wie es halt eben gehen kann. Auf den Feldern... Ist auch keiner vor denen. Vielleicht oben bei dem Druidenzirkel, also dem Steinkreis. Das ist ja doch noch eine recht wichtige... Oh, ein Schattenläufer? Schattenläufer soll... Achso. Da wir verwandelt waren, jedes Mal ein Läufer ziehen. So. Schattenläufer sollten jetzt hier inzwischen machbar sein. Dann probieren wir das einfach nochmal. Und jetzt da wenigstens wieder ein Korinenszen, können wir auch nach die ganzen Schattenläuferhöhlen dann abgehen. Oh, G-Stock. Nehmen wir doch den. Also müssen wir nicht an den Arsch der Welt und da den Stock suchen. Das ist doch super. Mal gucken, was für eine Belohnung wir jetzt von dem Schäfer bekommen. Zehn Goldmünzen oder so. Hat denen auf jeden Fall gelohnt. Naja, es geht ja eher darum, dass die Leute hier vom Land uns ein bisschen besser mögen. Denn die haben ja keine so gute Meinung von uns Söldnern. Das ist so eine gute Tat, doch genau das Richtige. Hey. Ich glaube, dieser G-Stock gehört dir. Das ist ja großartig. Ich... Moment. Erst bezahlst du dafür. Aber... Ich hab nicht viel. Dann lass dir was anderes einfallen. Okay, wie wär's damit? Ich habe gestern einige Banditen mit ein paar Goldzecken vorbeilaufen sehen. Wenn ich dir verrate, wo die Kerle ihre Beute lagern, bekomme ich dann meinen G-Stock zurück? In Ordnung. Okay. Du gehst einfach dort drüben in das Waldstück im Westen. Dort findest du eine Schlucht im Fels. In der Höhle dort solltest du eigentlich etwas finden. Im Westen ist da, ne? Ja, so halbwegs. Was ist denn unten, wo früher die schwarzen Kuplins waren? Allerdings sind wir ein wenig angeschlagen. Schluck. Nom nom. Gut. Also da unten sind jetzt Banditen mit ganz viel Gold. Und auf der Straße auf jeden Fall die Augen offen halten, dass wir nicht irgendeinem dieser schwarzen Magie in die Arm laufen. Die können wir zwar erledigen. Da hinten ist einer. Die können wir zwar erledigen, aber nur, wenn wir eine gute Ablenkung haben. Oder eben vorher gut was verpassen mit zum Beispiel... einem kleinen Feuersturm. Nicht zu Xalas. Das ist der Höhle hier doch gerade... Achso, neun. Okay, das hat jetzt nicht ganz so viel gemacht, wie ich eigentlich dachte. Das haut doch schon wieder nicht hin. Flucht. Und... Schnell, 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 schnell. Gut. Huh. Was machst du da oben? Komische Chaos. Komm, 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 komm. Schnell, 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 schnell. Okay. Ist eindeutig jedes Mal zu knapp. So, nimm das bitte. Ha. Dann suche ich jetzt die Höhle mit den Vanditen. Da hinten war früher mal ein Ork. So, gibt es können wir mitnehmen. Hier drin war auch irgendwo ein Schattenläufer. Der ist aber schon tot. Den hatten wir damals mit dem Jäger zusammen erledigt. Ganz normale Schnepper. Das heißt, die Höhle war doch nicht hier, sondern war anders. Ja. Okay. Halten wir uns einfach rechts an der Wand. Das sollte schon passen. Oder? Wo war das Ding? Sollte eigentlich hier gewesen sein. Also er hat immer gefragt, wollen wir noch weiter in den Wald? Wollen wir noch weiter in den Wald? Und dann kam irgendwie... Ach, der Ork war gar nicht in der Höhle. Der kam so auf uns zugelaufen. Irgendwas... Knistert hier komisch. Sehr, sehr kurios. Da ist eine Schlucht. Und da hinten ist ein Lager. Das ist ehemalige Goblin-Lager. Das ist jetzt irgendein Wegelagerer. Kurzfristig als Lager benutzt anscheinend. Und hier Sachen anzündet. Und das hat schon geändert. Hm. Nö, dann wird es echt die Schlucht sein. Wie auch schon angemerkt von den Bauern. Waren wir da früher schon mal? Kann ich mich echt nicht daran erinnern. Also hier, ja. Goblins, mhm, ist okay. Auch da hinten auch. Aber das Ding hier? Äh, ich glaub nicht. Das scheint auch um Corines rum zu führen. Da hinten sieht man das Paladinschiff. Also die Wimpel oben. Sind auf dem Schiff, ne? Ja. Gibt es hier vielleicht noch einen Geheimweg in die Stadt rein? Jetzt bist du dran. Ach du Kacke. Der eine Pfeil, der gesessen hat, ne? Der hatte richtig gesessen. Oh. Das war's für dich, Penner. Nicht, nicht irgendwelche dahergelaufenen Banditen. Nein, nein. Vielleicht greifen die nicht an, wenn wir in der Banditenrüstung noch rumlaufen. Ernsthaft? Tun sie nicht. Was glotzt du denn so dämlich? Suchst du Ärger? Ehrlich gesagt, ja. Das da. Hör auf mit dieser... Hihihihi. Nur eins. Ja, das war gemein. Aber das sind Banditen und die haben nichts Besseres verdient. Her damit. Und damit. Und deinem ganzen Zeug auch noch. Oh, die Triche ist ja schön. Nur unbedingt dran denken, wenn wir jetzt gleich wirklich in die Stadt reingehen, die Rüstung wieder auszuziehen. Sonst haben wir das Problem wie vorher. Noch mehr von euch. Ja. Oh, noch ganz schön viele mehr von euch. Aber die haben nur Lederrüstung an. Habt ihr hier auch Anführer oder so? Nö. Sind nicht wirklich motiviert zu reden. Das heißt, wir räumen hier einfach komplett auf. Mit einem Feuerregen. Der solltet ihr alle auf einmal erwischen. Lebt einer von euch hier hinten noch? Ja, alle. Wollt ihr wohl damit aufhören? Oh. Nein, 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 nein. Ja, Sorge. Genau deswegen muss ich der Held immer wieder der Magie bedienen. Weil selbst ein Gegner kann schon problematisch sein, wenn man nicht die Zeit hat, ordentlich zu blocken, weil andere einen ablenken. Wenn drei, vier Gegner glätzt, die davon einprügeln, dann geht das überhaupt nicht. Ja, das war jetzt genug falsch. Kannst du gleich Äpfel essen. Die Baupunkte machen da jetzt keinen Unterschied. Die Suppe hier unten wollte ich eigentlich, ne? Ja, genau. Lebensenergie-Suppe. Ein bisschen Milch. Alle schön querbeet, weil es dem Magen so gut kommt. Die ganzen Heilpflanzen werden wir eh nicht alle zu Heil trinken, ummodellieren können. Durch Alchemie. Weil wir nicht genug Knüterich haben. Das wird nicht hinhauen, denke ich. Anführer, komm her. Wir haben gerade ziemlich viel Gold für Spruchrollen ausgegeben. Da muss jetzt auch ein bisschen was hierbei rumkommen. Blocken zuschlagen, Blocken zuschlagen, Blocken zuschlagen. Oder ihn einfach überrumpeln. Viel besser. Komm mal raus da. Was hast du da Schönes? Ein Armbusten-Heiltrank. Ein Beutel voll Gold, Ausrufezeichen. Das sind dann 100 Goldmünzen oder so. Also nicht mal die Hälfte von dem einen Feuerspruch. Das ist nicht der, den wir gefunden haben. Der, den wir gefunden haben, müsste der hier oben sein. Nein. Das sind jeweils 100. Also war es wahrscheinlich einer davon. Fällt jetzt nicht ganz so ins Gewicht. Oder ist das hier irgendwo noch ein Beutel? Das ist Pilztabak. Da, Beutel voll Gold. 300 Goldmünzen. Okay, das ist doch ordentlich. Da will ich nicht meckern. Dann sacken wir die ersten Schafsfälle hier nochmal ein. Ist das dann Schmiede-Rohling? Ja, sehr gut. Oder zwei. Das sind jetzt nochmal 500 Goldmünzen extra. Rechts, links, links. Rechts, links, links, rechts. Schinken brauchen wir die Mission. Bayer scheint ein bisschen was wert zu sein. Gold ist immer gut. Bolzen auch. Und Dietrich hier. Gerade welche verbraucht. Also schön zurückzukommen. Dann haben wir jetzt noch ganz viele angeschlagene, äh, umgeschlagene Banditen. Hier war jetzt auch nochmal ein Kram. Aber es hat sich gelohnt. Der Tipp von dem Schäfer war auf jeden Fall wertvoll. Allein die ganzen Waffen sollten jetzt schon mehr wert sein als die Schriftrollen. Und dazu noch halt nützliche Dinge wie Dietriche, Schinken und anderes Gedöns. Den hatten wir noch nicht richtig. So. Jetzt, jetzt aber, ne? Start. Das heißt, Rüstung ablegen. Unsere Diplomatenrüstung der Söldner wieder anziehen. Und ich bin zuversichtlich, dass wir neue Geschwindigkeitstränke bekommen, wenn wir in der Stadt sind. Deswegen gibt es jetzt mal einen Hering, um aus dieser Schlucht hier schnell wieder rauszukommen. Und ich bin zuversichtlich, weil ja doch ein bisschen Zeit vergangen ist. Kapitelwechsel, hust, hust. Ähm. Und die Händler immer mehr neue Ware bekommen müssen, um auch, ne? Ihre Kunden bei der Stärke zu halten. Das hier hätten wir auch schon früher plündern können. Jetzt die Pfeile nicht ganz so wichtig, aber Schriftrollen, ne? Gerade am Anfang waren die Schriftrollen jedoch recht wichtig. Und der Bogen könnte auch was wert sein. Allerdings müsste man dafür auch die Schwarzkopplins hier schon umhauen. Also vielleicht nicht ganz so am Anfang. Schauen wir mal, ob wir jetzt ohne Probleme auch in die Stadt kommen. Nicht, dass die die Stadt jetzt abgeregelt haben wegen den schwarzen Magian. Das fände ich so schön. Scheint alles gut zu sein. Da mal direkt zu, Lord Hagen. Äh, Lord André. Nee, Lord Hagen. Die Paladiner haben sich in der Burg des Minentals verschanzt und sind von Orks umzingelt. Die Schürferei hat viele Opfer gefordert. Und es gibt kaum noch Erz. Tja, ich würde sagen, ohne Hilfe sind die Jungs verloren. So sieht's aus. Ich werde einen Weg finden, diese Expedition zu retten. Du hast viel für uns getan. Inos wird dir danken. Ich bin weniger an seinem Dank interessiert, als an seinem Auge. Ja, natürlich. Ich stehe zu meinem Wort. Nimm diesen Brief. Er wird dir die Klostertore öffnen. Sprich mit Pyrokar, dem obersten Feuermagier und zeige ihm diese Ermächtigung. Er wird dir den Zugang zum Auge Inos gewähren. Eines noch, bevor du gehst. Nimm diese Rune zum Dank von mir. Sie wird dich sicher zurück in die Stadt bringen, wann immer du willst. Das ist sehr, sehr praktisch. Wie ist die Lage? Ich muss einen Weg finden, diese Expedition zu retten. Wir müssen etwas gegen die Drachen unternehmen. Vielleicht kann das Auge Inos uns jetzt alle retten. Ja, es ist abzusehen, worauf es hinausläuft, oder? Oh, Mist. Es wird zu sehr dunkel. Vielleicht kommen wir ja trotzdem mal ganz kurz hier zu dem Einhändler. Also, es gab diesen Einhändler, der diese kuriosen Waren hatte. Das war's nicht du. Er hat sich schon verkrochen. Und dann gab es auch noch den Alchemisten hier. Du bist noch wach, das ist sehr gut. Wie ich hörte, warst du bei den Paladinen im Minental. Ich bin beeindruckt. Du solltest dir Zeit nehmen und meine Ware begutachten. Ich habe gerade einen ganz besonderen Trank auf Lager. Zeig mir deine Ware. Oh ja, das sieht gut aus. Ganz besonderer Trank ist ein Geschicklichkeitstrank. Nicht ganz so super toll. Feuerregen. Ja, nehmen wir einen neuen mit. Und Tränke werden alle gekauft. So. Snapbackraut brauchen wir nicht. Amulette Flammen brauchen wir nicht. Die magische Ambrus verkaufen wir auf keinen Fall. Aber alle anderen können wir verkaufen. Kommt ja doch ein bisschen was zusammen. Allein die Degen von den Banditen sind schon sehr gut. Jupp. Gruppe Schwert kann weg. Großbreitschert kann weg. Großteagst kann weg. Großkreis. Org-Exte behalten wir mal eine. Nur für den Fall, dass hier jemand angeben möchte. Ja, das sollte es gewesen sein. Äh, Pfeile. Pfeile können wir alle weg. Und wir den Trank trotzdem nehmen. Und wir so ein kleines bisschen geschickter sind. Ja, komm. Schaden wird es nicht. Und wenn es nur für das Schlosserknacken ist. Schluck. So. Und... Oh. Das wird auch geschluckt. Geben wir uns gleich hier zu. Äh, dürfen wir vielleicht hier im Bett schlafen? Da wir so ein guter Gast sind. Und Kunde und überhaupt. Also ja, wir durften hier schlafen. Was sehr nett war von ihm. Aber der Schlaf war nicht sehr erholsam. Weswegen wir jetzt noch mehr uns auf Heiltränke stürzen müssen. Aber das Wichtigste bei ihnen, dass die Zeit vergangen ist, damit wir die anderen Händler finden können. Wie dich zum Beispiel. Warte mal. Zeig mir deine Ware. So, ein Lehrbuch zum Kampf mit 200 von 5000 Goldmünzen. Oh, die sind ganz schön teuer, die ich schon nicht ganz trinke. Die habe ich nicht so teuer in Erinnerung. Ähm. Ja, wir verkaufen zwei schwere Äste. Das wird es rausreißen. Nee. Das ist nicht genug Gold. Okay, warte, warte, warte. Das kriegen wir hin. Äh, da ich die Bolzen eh noch nicht ganz so häufig nutze, verkaufen wir die jetzt kurz und wir können sie später einfach ja neu holen. Ich kann da gerade nicht sehen, wie viel Gold wir wirklich haben, weil da meine FPS-Anzeige drüber ist. Ähm. 3600 Euro. Ja, nee, das werden wir nicht mit ewig kleinen Verkäufen hier hinbekommen. Da. Müssten wir jetzt runter zu unserem Schmiedemeister, der dann hoffentlich auch neue Rohlinge hat und der wird eine ganze Weile an der Schmiede gesetzen. Um alle Rohlinge zu besseren Schwertern zu machen. Die werden verdickt. Gibt's was Neues? Ich kenne so Typen wie dich. Du weißt einfach nicht, wo dein Platz ist. Ich werde mal mit dem Stadthalter über die Sicherheitsmaßnahmen für das obere Viertel sprechen. Ja, ja, tut das. Ach ja, genug Gold verdienen, damit wir dann schön einkaufen können. Weil dieses Lehrbuch klingt sehr interessant und könnte dafür sorgen, dass wir noch näher kommen an immer perfekte Treffer landen. Was ja doch ganz praktisch sein kann. Weil gerade jetzt bei den Schwarzmagiern, wenn da mal ein Treffer nicht ordentlich sitzt, dann haben wir Probleme. Tygo! Wo ist das Problem? Ich muss ins obere Viertel. Da ich aber weder Bürger der Stadt bin, noch genug Gold habe, um die Wachen zu bestechen, brauche ich dich. Ich soll dir also Gold leihen. Quatsch! Ich habe Gold. Sogar sehr viel Gold. Leider habe ich es nicht bei mir. Du musst mir mein Gold besorgen. Ich werde dir helfen. Gut, pass auf. Ich habe damals, als die Barriere noch stand, einen kleinen Schatz versteckt. Ist schon eine ganze Weile her. Darum habe ich auch vergessen, ihn mitzunehmen. Und ich kann hier zur Zeit auf keinen Fall weg. Um es kurz zu machen, du musst für mich ins Minental gehen und mir mein Gold holen. Glaubst du wirklich daran? Wo ist das Gold versteckt? Direkt am Austauschplatz. Oberhalb der verlassenen Miene. Es ist in einem Lederbeutel. Spar dir deinen Kommentar. Ich weiß selber, dass wir praktisch dran vorbeigelaufen sind. Bring mir einfach den Beutel. Aber schau bitte vorher nach, ob es der richtige ist. Nicht, dass du den ganzen Weg umsonst machst. Woran kann ich ihn erkennen? Er ist voll Gold. Eine ganze Menge Gold. Ich werde versuchen, dein Gold zu finden. Tu es einfach. Das reicht mir schon. Er muss das ja besser wissen. Wir laufen die Geschäfte. Lausig. Warum hat mir keiner gesagt, dass Corinnes in der Zwischenzeit so verkommen ist? Keine Ahnung. Ich habe die Stadt so kennengelernt. Hätte es mal vor einigen Jahren hier sein sollen. Es hätte dir gefallen. Na gut, also wenn wir im Minental sind, halten wir ja die Augen auf nach einem Beutel. Oben da, wo wir uns auch mit der Rune hinterdipputieren können, müsste das sein. Das war ja die Austauschstelle, von der er gesprochen hat.